wenn du Magica weiter also du willst die richtiges Intro haben, ja ich glaub wir sind jetzt grad in den Mienen nein wir brauchen kein Intro es ist Carnage dabei ist Ferb, ich und Steffi nein Melanie, Sumpra ja, aber eigentlich Dave, Dankeschön so Dave, ja Dave, Dave, Dave Dave, nicht Dave Dank, man das ist schön, dass die Spieler und dann erkennen, ist noch wunderbar ah je gefreundet naja das glaube ich, irgendwie nicht, aber okay wenn wir dann aufhören würden, meine Beams zu rennen, werden wir bestimmt bessere Freunde geworden vielleicht finden sie dann die Beams anziehen die Beams anziehen die Beams anziehen deine Beams deine Beams deine Beams ja ah, mein Gott ah, mein Gott ah ah I do no work ich will mal sagen, dass man dieses Roll extrem auf die Eier geht da neben Jesus Christ ich hab mich für dich abgeschossen abgeknallt 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 gut so mehr verdient auch nicht ah, ich brenne schon wieder bin Feuer und Flamme für dich für mich nein doch nicht für dich, Alter ich weiß nicht, ich will sein mach dich doch nicht verrückt du trägst eine Ursache du trägst eine Ursache ich wollte ihn eigentlich da in dieses exklusive Zeug schmeißen ja ich sollte auch, finde ich, auf die einzuprüge ja ich glaub mir, Edo, die, die pinke Rüstung schreckt Frauen von Anfang an gleich ab ne, Alter, aber die ganzen die ganzen Hip-Hoppen, die tragen doch pink und finden sich damit cool warum klappt das bei mir nicht? ja, aber die Bolos, äh, Prolos, wie heißen sie? Bolo, Bolo Bolo ach so Bolo 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 VW Feuerwerk VW Bolo Bolo der ist dann schwarz und hat noch nicht besonders tief aber vor allem schwarz Ja, natürlich Ah Granate Wow Badong, Badong Hallo Troll Granate Er will was von mir Boah, die Granate ist ja echt praktisch Oh, Scheiße Oh, die Granate Geh doch drauf, mein Gott junger Vater, der Tipp ist es hat sich es hat sich es hat sich von der Brücke gelaufen ja wir sind schon manchmal ziemlich gähmend und er hat auf dem Weg runter, glaube ich, sagt er bereut nichts meine ich benommensam aus 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 mein Helm mein Helm also war es schon so gut, dass ich dich erstmal vernichtet habe ich finde das war der wir haben alle in Totspringen, sie die 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 oder Lemminge wahlweise auch Lemminge naja wenn ein Pinguin springt, springen alle hinterher ich bin immer noch der Meinung das waren Lemminge ja aber bei Pinguin ist genauso ich will sie jetzt nicht einfach in den Abgrund laufen lassen ja genau so ich will meinen Spaß haben viel Spaß was ist eigentlich hier drüben? Kekse aber ja Spinne! ah ja gute Idee das war eine sehr gute Idee dankeschön darauf habe ich den ganzen Abend gewartet sogar die Spinne springt in den Tod was ist los mit den Leuten? die hassen uns soll mir recht sein die hassen ihr Leben naja ich blende schon wieder du auch und ich bin tot heilen bitte heilen 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 naja sehr gut ja fliegen nur Leute durch die Gegend irgendwie scheint gerade oh fuck was mich voll zerrissen hat scheint gerade in Mode zu sein irgendwie von der Klippe zu springen ja voll wie Planking nur ein bisschen tödlicher leicht tödlicher oh nein ich bin eis ich bin kalt eiskalt ok oh fuck oh fuck Granate Vorsicht oh Gott oh wir haben Besuch ja und mich hat vernichtet könnt ihr mich mal heilen bisschen leer was? oh da bin ich ich bin tot da war ne Klippe ich habe rumgelaufen nein sag's los da hast du den Trend angeschlossen du Hipster du guck mal ich hab einen rot-grün leuchtenden Schild ist das nicht hübsch? nein warum nicht? könnt ihr meine Tüber meinen Arsch töten? da geht mir voll auf mein Gott ok wo lang rechts? das ist ein Checkpoint ach ja stimmt aktiviere den Checkpoint und ich mache hier Licht an so warum brenne ich? oh Gott The Human Heart ist aber mal gut hier da oh Mist du kannst mir auch sagen dass du mich heilst dann könnte ich vielleicht drauf achten das wäre viel zu einfach um Gottes Willen das ist echt ein Überlebenskampf hier das ist ja das ist ja das ist ja so viel dazu und wir müssen Oh Gott die Zukunft von in der Kraft haben wir ja gern unangekündig das tut so kreis Part 6 das ist ja auch für das nur mit sich mit dem bleiben es hat recht zu preis 6 die Fehler warum kann ich den Peter wer wo fehlt einer ich habe ein Fall schicken drei Leute waren schon immer drei Leute ja ich habe nur ich sehe die ganze Zeit nur zwei Leute ich bin hier ich bin da wenn du fehlst bei mir ich weiß dass ich dir fehle aber ich bin wirklich da ja wohl wohl das bin übrigens ich was war ich ah mann ich brenne schon wieder es gibt es so nicht weg rote von meinem Gesicht oh yeah Heilung fließt wer eine Sonne Block sagt stürmst du doch gleich mit ja genau aus Sympathie da kennt sich die Fälle sind die Tode aus Sympathie ja fast ins Loch gefallen passiert passiert Pintock schall da bist du denn ja ja das das ja das ja das ist der schön es darf offen ob es hier zu gehen Prozent aber ab na gut aber aber ein ich möchte immer nicht haben das Wort die Jahre aber ich bin tot aber was mache ich denn falsche Taste Juti da müsste ja das Troll jetzt rauskommen deswegen gehe ich auch hier oben drauf glaube ich ihr seid übrigens nass ich warne euch nur weil da ist eine Pfütze ist jemand so Vorsicht neben dir Granate und so ah ok ach verdammt Heilung ich muss sie fragen wie du beschäftigst ich muss ich voll mit Heilung das ist gut ich muss an meiner Zielung mit an meinem Ziel deine Zielung an meiner Zielung an meiner Peilung meinst du die Volkszielung ich hab voll keine Peilung ich scheibe ich scheibe das Spielbock den Lernzern nicht 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 die Bohnen aus dem Buch verdammt da drüben Teleport wie ich immer vergesst, dass ich nass bin Na gut, jetzt komme ich da nicht mehr hoch, egal Ich schaff das schon Ok, ich guck dir zu Ich auch Schöne Bauchlandung gemacht, ach ne, Arsch, Arschbombe, genau Flachkippe und Arschbombe Oh shit Ja man Sehr gut So einer von drei Sonst ist ein guter Schnitt So wir müssen jetzt weiter hier nach Warum Warum sie mich einfach über die Brücke reportelt? Tja, weil es zu weit war, glaube ich Hm, ok Ok, ich kümmere mich um die Tür Ich nehm wieder Ah, ich glaube es muss Feuer sein Ah, aufs Schloss Ah, ich brenne Oh fuck, und ich bin eisig und tot Nicht mehr Nein, nein, nein Thanks Runter von meinem Gesicht Dreckig Und warum heils mir die Jägen? Äh, einfach raus, gut gut, einfach laufen Äh, ich bin Überläufer So 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 Also So 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 Die So Die Hier opt welches die Sequenz werde das gedacht und auch den Aufregung des Sachs du bist nass Arten das dann wechselt meine Windel mein Gott das ist ja die noch mal warum häng ich hier gerade eigentlich so rum äh, kann ich mir jemand heilen, bitte ich bin tot du stehst hier neben mir Tatsache du kannst nicht so sein dramatisch, die sterben wow wow und was macht der dazu, der ist n bisschen verplant das waren die hier vor allem Kaffeekränzchen ja ich bin schon wieder tot schön der Tod war aber auch zu gut man ja ich höre es nur noch knallen, rast nicht ich höre es nur noch ah die ganze Zeit der hat von mir hauptsächlich oh oh ganz blöd danke ah schlecht oh das 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 wenn das Santi nicht mit 2 aber das Wie schnell ist das? Oh hey, du hast meine Waffe aufgehoben. Äh, jo. Die ist super. Die ist echt geil, Mann, verdammt. Auf ihn! Baller den nieder. Nur Nahkampf. Boah, apu. Ich brenne, sehr gut. Ich auch. Ah, hör auf damit! Der heilt sich doch gerade auf. Verdammt, ich bin tot. Gretze mich. Ja, genau im Regen. Schön. Äh, pa bum, oder? Ah, vorsichtig. Na, lasse. Ich bin tot. Jetzt nicht mehr. Ah, Mist. Jetzt bin ich aber down. Shit. Oh, shit. Ich hab nicht gesehen, dass ich gebrannt hab. Ha, was für ein Zufall. Das ist mir gestern Nachmittag erst passiert. Ich war halt so auf den Boss fixiert. Das schließt. Ihr brennt beide. Ja, ich bin tot. Schnell! Dude! Ja, ja, Moment. Ah. Stress! Du bist nass! Ah, fuck off! Tch, face-porn. Tch, so was passiert, man. So was passiert. Schneide bitte ein Quadrope face-porn rein. Tja, wenn ihr mal überleben würdet. Ja, ja. Ein würdest. Oh, eh, das nächste Mal spielen wir Skate-Mill-Datis, ne-Mot. Mock nicht jedes Mal landen, wenn du ein Grinder saust. Als ich was, Franz, ist Skate, da kannst du nicht. Als die Klappe. So was passiert. Hahaha. Wie, der mit Schadenwasser für Sollen, Mann. Was soll man? nicht aber auch und ich jetzt muss eigentlich nur den den Heilungsstrahl und den Arkanstrahl in der Mitte kreuzen und dann gibt es nicht die ganze Zeit Arkan in die Mitte ich bin nass aber wer schluckt davon wer gewinnt da immer gewinnt Arkan immer oder gewinnt Gesundheit immer oder der wo zuerst da war auch nicht dass es mehr als das stimmt Arke das ist der länger hat gewinnt bestätig sein den Schilder der Kurs für die Führung aber es steht er da Baller ihn ab ich sehe halt kein müssen ach da Ah! Oh, die Schilder haben wir aber gar nicht gesehen. Ich mach' jetzt als nächstes den Heilungsstrakt. Ok, ok. Nein! Das war kein Gedüdel. Heilungsstrahl. Ich halt einfach mein Ding rein. Oh, ich bin tot. Heil. Ich hab ihn in den Biestern. Oh, fuck. Wrong. So, wo ist er? Da ist er. Da ist er. Auf ihn! Diesmal kriegt er so auf die Schnauze, Mann. Sieht dreckig. Bärm! Der war schön. Komm da runter, Mann. Da runter. Wo? Warte? Bärm! Wir sprech' ihn nur durch die Döhne. Klar! Er wirft mit Granaten. Los! Akan drauf! Ich heil ihn! Ich heil ihn! Ich heil ihn! Ich heil ihn! Singt ja eigentlich schon freundlich so, aber... Was der Hintergedanke ist. Was? WTF? Ich fühl mich wie ein Ghostbuster, Mann. Mich hat's rausgehauen. What? Oh, no. Wir müssen es alleine schaffen. Mich hat's rausgehauen. Ich bin... Magica funktioniert nicht mehr. Oh, sehr gut. Wir müssen diesen Level aber noch schaffen. Ja, das wäre eine gute Idee. Ist auch perfektes Timing, dass das Spiel abschmiert. Wunderschön. Warum? Naja. So mitten in der Riesenschlacht. Ja. Ich bin doch der eine. Wieso? Wenn, dann. Murphys Law. Ja, ohne Wiss. Egal, das geht mal so hin. Ich hab das noch. Boah, shit. Trotz mich verließ. Ja, bitteschön. Ich weiß nicht mal, woran ich gestorben bin, aber es ist passiert. Aber du bist einfach tot gewesen. Es ist einfach passiert, Mann. Oh, oh. Ich glaub, meins ist auch kalt abgeschmiert. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Verarscht mich doch nicht! Krink! Ja, ich hör jetzt die ganze Zeit diesen Beam-Sound. Oh Gott, dass es so nervig ist. Oh Gott, ihr wollt, dass ich alleine diese Schlacht hier zu Ende bringe. Mach was! Ah. Ja, das sterben nämlich. Thorisely? Äh, ja, wenn 15 Leute um mich herumstehen, dann ist es ziemlich blöd für mich. Aber da war doch noch einer. Nein. Ah, aber du stehst immer noch da. Du hältst dich wacker. Oh, ne, du. Sie stand gerade noch da. Gut, okay. Mit du können beide von uns beiden gemeinsam sein, weißt du? Ja, aber sie hat gerade mit mir geredet. So, äh, gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen Stopp auf jeden Fall. Lass mal rein. Ah, das müssen wir nochmal probieren. Da soll noch mal einer sagen, die Spiel hat Bugs. Ich hab keinen gesehen hier. Nö. Kein? Hm. Nein. Quatsch. Gut, okay. Na, das war jetzt im Future. Haut rein. Mach Spaß.